Werte Zuhörer meiner Vorträge, ich bin Immanuel Markus Bösch und ich kann euch sagen, es gibt wieder eine Andacht am 29. Dezember 2024. Sie können daran teilnehmen, wenn Sie die Kreisbotschaft lesen oder die Lehre Jesus Christus lebendig in euch aufgenommen habt. Also anmelden könnt ihr euch auf Immanuel-Marcus.gmx.ch Die Andacht wird so sein zu Ehren Gottes. Es gibt Versiegelungen, wer das möchte, wird versiegelt, bekommt auch das Silberkreuz dazu und es wird bestimmt auch Berufene geben, die noch bis dahin den Ruf erhalten. Die Andacht zu Ehren Gottes am 29. Dezember ist gleichzeitig eine Feier zu Ehren des strahlenden Sternes, der Rose. Der strahlende Stern, der nun über der Erde als Kromet herabstrahlt und die ersten Flammengaben reinigend über die Menschheit herniederlässt, sie weckt und rüttelt und schüttelt. Dieser Kromet, zu Ehren des Krometen, der aus dem Urgeistigen kommt, ist dieses festgestaltet. Also Sie können sich anmelden, zur Andacht auf Immanuel-Marcus.gmx.ch. Ich freue mich auf Ihr Kommen. Es wird Sie bestimmt bereichern, erblühen, erstarken. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft. Soweit heute an diesem herrlichen Herbsttag. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ihr Immanuel-Marcus Bösch